Corona hat gehackt! Unglaublich! Und damit begrüße ich euch Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Bad Wars. Sie ist so spannend und sie ist mit Corona. Es ist so spannend. Es ist so spannend. Oh, Gottes Willen. Meine Güter, zum Glück. Oder ist es vielleicht auch etwas erquickend? Alles nur einmal machen. Es ist erquickend und spannend. Jedes Mal, wenn ich das Wort erquickend höre, muss ich an irgendwas richtig Leckeres denken. An irgendwie sowas kaltes, erfrischendes so ein kaltes, erfrischendes Getränk. So ein Eistee? Nee, schon was mit Kohlensäure. Irgendwie sowas weiß ich nicht. So ein Apfelschorle? Ja, irgendwie sowas. Ja, das ist mir zu süß. Weißt du, irgendwas so ganz leichtes. Irgendwas Spülendes, leicht Säures. Ja, sowas in der Richtung. So wie ein Ginger Ale, weißt du? Ich glaube, Ginger Ale ist erquickend. Ginger Ale ist erquickend. Wir machen Getränkeraten heute. Das ist Ziel unserer Runde. Oh, ich... Weißt du denn? Was ist passiert? Oh, nichts. Nichts ist passiert. Ich brauche noch eine Spitzhacke. Nichts ist passiert. Was ist passiert? Gut, wir wissen Bescheid. Spitzhacke, auf geht's. Bist du schon wieder runtergefallen? Mhm. Ich hab's so genau gesehen. Du bist runtergefallen. Ich schaff den Jump. Ich kann so weit springen. Du hast noch einen Block... Ich hab... Mann. Aber wo hab ich den Block gesetzt? Die Frage noch irgendwo weiter unten, oder? Irgendwo. Was machen denn die Roten da drüben? Sind die überhaupt am mitspielen, oder was? Ich weiß es nicht. Monkey Shot und Outrolex stehen dort und unterhalten sich angeregt. Hm, was machen wir jetzt? Erzähl mal. Hm. Gute Frage. Mensch, lass uns noch eine Runde drüber talken. Mann, ey, ich kann heute nicht bauen, ne? Gar nicht. Jetzt noch eine Doppelherz. Bist du das? 10 Gold. Willst du einen Bogen, oder willst du ein Schwert? Ich will eine Freundin. Nee, du sollst jetzt sagen, was du willst. Verdammt nochmal. Das ist so dumm. Ähm. Weiß ich nicht. Ich hab auch selber zwei Gold. Also, ich könnte mir auch gleich selber noch was holen. Wie viel Gold hast du? Ich hol mir ein Schwert. Und ich hol mir einen Bogen. Wenn du nichts willst. So, ich hab jetzt Schwert und Bogen. Ich möchte etwas Erquickendes. Jetzt ja auch mit dem Erquickenden. Ey, das Wort ist so cool. Das Wort ist in der Tat ziemlich gut. Aber, wir müssen uns jetzt von dem Erquickenden, ähm, Wort, Gefühl befreien. Und dann müssen wir mal gucken, ob wir den Typen da oben umbringen können. Ich bin gerade jetzt zurückgelaufen, weil ich mit dem Bogen kam. Sie kommen in die Mitte. Pass auf, ich brauche Hilfe. Geht. Ich bin nicht da. Der läuft einfach weg. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Mist. Ich hab auf den Tisch gehauen. Ich dachte, ich krieg ihn. Gehört, ja. Das tut mir voll leid, mein Tisch. Mist. Du guter Tisch. Tut mir voll leid. Ich dachte echt, ich krieg den, Mann. Das war super knapp. Der hat nichts mehr gehabt. Musst du denn? Ist ja auch niemand. Er ist weggelaufen. Doch gar keiner. Wieso? Was erzählst du? Der war hinter mir! Oh mein Gott, hab ich mich erschrocken. Oh mein Gott, hab ich mich erschrocken. Der hat doch nichts mehr, oder was? Oh mein Gott, hab ich mich erschrocken. Fuck. Wow. Okay. Ich mach das jetzt easy. Oh. Alter, ich zitter. Ey, das war... Ey. Scheiße. Oh mein Gott. Scheiße sagst du? Schau mal auf, wir sind in der Mitte beide. Oh mein Gott. Ich geh jetzt mal zu ihr... Ne, 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 einer ist in der Mitte. Alter. Ich komm grad gar nicht klar, Isen. So, okay. Einer ist runter. Ey, das war so komplett unerwartet. Nein. Kann meine scheiß Spickhex nicht ausrüsten. Alter. Okay, Bett ist weg. Okay, gut. Die haben schon mal kein Bett mehr. Das ist ein guter, ein guter Anfang. Das finde ich sehr gut. Das finde ich in Ordnung. Und du bist immer noch voll perplex, oder was? Ey, ich bin sowas von der Rolle. Ey, ich zitter so ein bisschen gerade. Du bist aufs Roll. Ich hol mir einfach nur einen Stick und hoffe aufs Beste. Auf geht's. Ich hab Äpfel. Ne, warte mal ein bisschen. Ich bin gesund ernähren. Die Blöcke sind auch noch ganz angenehm. Und eine Pickaxe vielleicht. Man weiß ja nie, wofür man das braucht. Was? Man weiß ja nie. So. So, jetzt stehen sie aber beide drüben. Jetzt kann schon mal nichts passieren. Jetzt kann nichts passieren. Ja gut, aber... Ja, die haben jetzt auch Gold und so. Wir müssen uns mal ein bisschen beeilen jetzt. Was? Ich hab vier Gold. Hilft uns das? Wollte ich sie nicht genau. Haben sie einen Bogen? Haben sie einen Bogen? Was bauen die sich denn jetzt da ein? Was soll denn die Scheiße? Na, come on! Get your... Ich bin hinter dir. Ich bin hinter dir. Ich muss kurz was von meinem köstlichen Äpfelnaschen. Äpfel... Von meinen Äpfelnaschen. Warte, wir machen das easy. Pass auf, pass auf. Warte, kommt, kommt... Verdammt! Die haben gute Schwerter. Ich dachte, ich kann sie irgendwie rumlearnen oder so. Und dann kommen sie und fallen runter aus Prinzip irgendwie. Aber haben sie nicht gemacht. Gut, dann müssen wir mal ein bisschen aufrüsten. Hast du Gold? Warte. Oh, 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 oh. Oh, du hast ihn getötet. Nice! Ich hab ihn getötet. Ich hab ihn getötet. Nice! GG! Wird gesagt. GG! Hack halt! Was hast du gemacht? Hast du gehackt? Hast du gehackt? Nein, ich hab nicht gehackt. Corona hat gehackt. Unglaublich. Huck halt, Hure. Sagt der eine. Nice. Ja, das war doch... Das war doch... Beleben. Leute, wenn es euch gefallen hat, schaut gerne bei Corona vorbei. Abonniert ihn und... Izen verabschiedet sich jetzt von euch. Genau. Das war nämlich eine 4-Minuten-Runde. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi! Na, hast du gedacht hier? Von wegen zu Ende. Wir machen noch eine zweite Runde. Auf... Beziehungsweise im Schrebergarten. Nice. Abonniert mich trotzdem. Hahaha. Corona-Battle für Klicks. Klicks, Klicks. Alle Kraft auf Klicks. Was ist denn das? Timeout Exception 0. Hab ich auch. Irgendwas läuft hier gewaltig schief. Auf diesem Server. Hmmmm. Davon kann ich lesen. Deswegen. Read timeout Exception 0. Weißt du... Deine Exceptions, mann. Keine Exceptions... Die wird knallhart irgendwie... Weißt du? Keine Ausnahmen. Durchgezogen wird. War das knapp. Was war das jetzt, bist du schon wieder runtergefallen? Fast. Achja, es war knapp. Deine aller Super zu viel gesetzt. Tut mir voll Leid. Mein Stuhl quietscht, knarzt. Über Aufregung. Ja, der ist wirklich ganz schön aufgeregt, Mann. Hm, zweite Runde, was? Ich muss einen Laut von mir geben. Wie so ein Hund einfach nur, weißt du? Der hat ein Eigenleben und der ist gefährlich. Ihr solltet ihn respektieren. Respektiert meinen Stuhl. Stuhlschelle. Das ist wirklich mal die dümmste Ansage überhaupt gewesen. Oh Gott, eine Stuhlschelle. Eine Stuhlschelle, ganz genau, eine Stuhlschelle. So richtig schön die Kacke ins Gesicht. Das will man nicht haben. Die Kacke ins Gesicht vom Stuhl. Was soll denn das? Das geht jetzt nicht. Jetzt verstehe ich, was du sagen wolltest. Du bist so bedeutend Rortspieler hier. Jetzt verstehe ich, was du sagen wolltest. Ich bin ein bisschen langsam. Ja, deswegen. Ich war auch erst beim Bürostuhl und daraus wurde dann Stuhl. Gut, das... Der Stuhlstuhl halt. Der Sprühstuhl, sagst du. Ja, auch gerne der Sprühstuhl. Na gut. Hier ist ein Klo gefordert. Hier geht's runter. Du gehst doch jetzt schon wieder ins Plumpsklo rein, oder was? Web gebaut für Bergwerklabs von Freddy Kartoffel. Ich find das nicht gut. Ich find das nicht gut. Sind sie schon drüben? Nee. Goldblock ohne Gold. Was machen die denn schon wieder? Sind das die gleichen? Die unterhalten sich schon wieder nur. Hm, was machen wir denn jetzt? Nee, ist die Wanne. Das ist der Nudelkuchen. Und Oggy HD. Willst du Gold haben? Wollen wir uns rüber bauen? Ich hab jetzt elf Gold. Hier, hier, hier. Ich hab noch ein Gold hingeworfen. Du kannst eins nehmen. Ja, hab ich zwölf. Was mach ich damit? Keine Ahnung. Picknick? Hol dir was. Ich baue mich rüber. Nicknacken. Okay. Ich hab aber keine Waffe. Ich hätte mir mal ein Schwert mitnehmen sollen. Mist. Meine haben. Komm hier. Nee, will ich nicht. Jetzt nimm mal ein Schwert, verdammt. Tschüss. Hier, ich werf dir ein Schwert. Hinter dir liegt ein Schwert. Hinter dir liegt ein Schwert. Okay. Thanks a lot, man. Tschüss. Gut. Das läuft doch. Das läuft doch alles bestens bisher. Kommen sie jetzt oder kommen sie jetzt nicht? Räuchte mal einen Smaragd hier. Tschüss. Okay, ich geh rüber. Was ist das? Villager ist das. Das ist noch sehr Villager. Das war's. Okay. Wo ist denn der Letzte? Der ist in der Mitte. Kommst du nie weiter oder was? Er geht jetzt Richtung Mitte. Ich werde ihn abfangen. Ich werde ihn ein bisschen umbringen. Lass mich. Lass mich. Lass mich. Okay. Warte. Ender Perle. Zack. Beam. Ich hab mich noch neben dich geworfen. GG. Oh man, das war jetzt nicht so gut für sie. Aber hey, wir haben gewonnen und das war die kurze Runde, die jetzt ungefähr, wie lang gedauert hat? Eine Minute? Ja, man. Nee, vier Minuten. Wird schon ausreichen. Die Verabschiedung kam ja schon. Also, ihr kennt das. Ihr kennt das. Guckt bei Corona vorbei. Abonniert Corona und sagt ihm, dass er toll ist. Heiß. Gut. Dann willst du noch was sagen? Kartoffelsalat ist ein unglaublich toller Film. Auf Wiedersehen. Tschüssi. Tschüssi.